Okay, cool. Dann wollen wir mal. Oh Gott, schon. Man, ähm. Da müssen diese Knights immer irgendwelche Sachen abgeschlagen. So. So. Ja, ja, pack. Label du mal rum. Wir machen uns auf den Weg weiter nach oben. Spartans. Ja, klar. Deswegen sind wir hier. Ja, gut. Das stimmt natürlich. Da versucht Ton Hacker natürlich den Kompromiss zu finden. So. Sehr gut, Buck. Sehr gut. Stunmoving. Geil. Ja, jetzt sind noch irgendwo was. Nein? Dann würde ich sagen, machen wir es mal weiter. Zack, ein Schuss mit dem Scorpion. Ja, weg. Weg, weg sind sie. Schütte und so eine kleine Panzerfahrt hier durch die Lava-Lansche. Oh, fuck. Das sieht nicht gut aus. Aber es ist ja auch nur so Lava-mäßig, weil es hier verglast wurde. Natürlich. Krass. Es ist auch schon mal krass zu sehen, dass die Verzugen in diesen Lebensraum doch zurück zu gründen. Das sieht ja auch. Aber es würde ich nicht mehr drivers kommen, was auf잡t. ÔSCyries, clear la für die江ste Variation. Ok. Oh ja. Oh ja, nicht. So, sie haben wir Spawned. Das ist doch so. Oh Gott, ich kann denn aus dem Weg nicht Warte mal Ich muss mal eben kurz was nachkommen Das ist nicht euervoll ernst, dass hier so ein Gauss-Geschütz gibt Alter Kann ich denn hier finden? Jetzt geht er mal weg da Ich würde mal interessieren, ob ich Geh doch mal weg Alter, wie geil ist das denn? Ich kann jetzt hier mit so einem Gauss-Geschütz rumrennen Nice Ich muss das, dass es dann auch eine Schmiede gibt Für so Fang-Mode etc. So nice Das ist echt cool Aber gut, wir gehen uns auf den Squad Das ist ja echt genial Das fällt mir sehr gut Zu viele Soldier Zu viele einfach Gut, mit dem Squadling geht das schon Vor allem ist mir nicht beschwerend Ja Den schießen wir lieber nicht Als nehme ich andere Mobilen oder so Gut A Oh Gott So nice, scheiße Das hat sich auch nicht direkt erledigt Das ist schon krass, was hier abgeht Ohne diese krassen Schütze wäre das eigentlich nicht schwer Bug fährt da mit dem Rocket Mongosol Und hudelt er so gerne Jep, das ist korrekt Ah, und seid ihr immer so Rebellen-mäßig Interruption ist shit Keine Ahnung Können wir jetzt bitte auch mal hier aufmachen Ich bin jetzt doof Was, warum? Achso Das ist ja zu Das ist ja zu Was ist der Typ mit Masken? Warum hast du eine Atemmaske und die anderen nicht? Ich weiß nicht. Ja, wir lassen uns mal durch. Wir sehen uns nicht. Dortmund? Er ist ein A.I. Was ist mit ihm? Er sieht böse. Rampanzösung. Lass uns aussehen. Wahrscheinlich verabschiedet für die Logik-Cycle. Ich habe dich in meinem Haus geholfen geholfen. Sei nicht so wütend, dass meine Gesundheit ein Punkt der Gespräche zu machen. Natürlich, Gouverneur. Meine Entschuldigung. Wir suchen noch eine andere Spartan-Führteam. Warum sind hier so viele Spartan? Warum nicht? Nun. Ich bin nicht bewusst von anderen UNSC-Agenten in unserem Raum. Aber du hast es richtig gemacht von meinen Leuten so weit. Schau dich, aber mach es schnell. Gouverneur Sloan, raus. Also, woher schauen wir? Die beste Information in einem Ort, wie dieser, kommt von den Leuten. Schau deine Augen örtlich. Echt cool. Das ist so ein bisschen Rollenspiel im hinten. Wissen du so Station Residence? Das ist ja saunice, dass es hier sowas gibt. Aber ich frag mich immer noch, warum hier Dortmund steht. Warum hier Dortmund steht. Komischer Scheiß. Ah, gut, wo ist denn so Winterstein? Ich jetzt egal. Wie ich jetzt mit den quatschen? Hm? Ja. Aber dann... ... die Tauern kam auf. Und... Okay, Ed. Und... ... die Tauern kam auf. Okay. Okay. Okay, den geht wohl hier nicht so gut. Wo sind denn noch Persons of Interest? So... Hier vorne irgendwo. Sieht leicht riefelmäßig aus. Ja. 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 Apogee kam unter Attack. Und dann ein UNSC Schiff war gesehen, dass da hinweg zu gehen. Find ein Netzwerk Terminal. Ich will mehr über Apogee Stationen wissen. Artemis sollte ein schützendes Netzwerk Terminal aufhören. Ja. Ich finde das gerade so cool, dass man jetzt hier erstmal so einen ruhigen Moment hat. Ein bisschen rumläuft. Ein bisschen unterhält. Ein bisschen Quatsch. Ein bisschen Terminal access macht. Und so. Schöne Abwechslung. Habe ich dir Verzeihung an Pocaval? Deine Leute sahen ein UNSC Schiff nach Apogee Station. UNSC in Apogee? Warum sind deine Leute überall auf meinem Planeten? Mit deiner Verpflichtung wollen wir sie uns selbst fragen. Es gibt ein Cargo Pelican auf dem Meridian Stationen Lending Pad. Es wird dich schnell zu Apogee rauskommen. Wir haben es gegründet, Herr Präsident. Ich bin sicher, dass du es machst. Aber es ist echt krass, dass es so viele, die gegen das UNSC sind. Ich meine, Boni ist kacke. Aber das UNSC ist doch eigentlich ganz okay. Ich meine... Klar, es war ein Programm, weil es nicht unbedingt war. Das war auch ein Programm. Okay. Es ist doch ein Programm. Ich habe einen Programm, aber... Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Bleib auf die Dinge, während du dich aufhörst. Nichts, persönliches Spartansatz. Keine Entschuldigung. Geh es, Herr Gellner. Wir finden unsere Tarkete und werden schnell aus deinem Weg finden. Immer ein bisschen umsehen, ne? Oh, komm mal, hier haben wir zum Beispiel eine Granate gefunden. Das hat sich hier gelohnt. Ach, die kämpfen da schon. Oh. Oh, da ist ein Soldat. Erstmal gleich den Soldier weg jetzt. Unglaublich viele Crawler, die die manchmal auf einen schmeißen. So, da ist ein bisschen Geschütz hier immer ein bisschen. Soldier Cap. Aha, wir haben auch Ränge. Das war's an. So, die holen alle weg mit dem Geschütz. Das ist immer ganz nice. Mal einfach mal ein bisschen reinhalten. Und diese Massen, die die auch auf einen schicken. Oh, oh. So, ähm. Überhalbst du mal? Ach. Fuck. Das war krass. Ach, das ist dieser Captain. Guck mal, der hat so einen anderen Helm. Ah, jetzt gehen wieder alle drauf. Ja, hält erstmal Pack. Das ist so. So, erstmal zurückziehen. Hier regelt das doch schon untereinander, ne? Ja. Sieht gut aus. Das wird so oft unscharf. Das ist voll krass. Oh, oh. Oh, hier ist ein Light Rifle. So. Was ich jetzt eigentlich mal machen möchte, ist dieses Ding hier mal nehmen. Das habe ich noch nie benutzt. Ich bin echt interessiert, wie das so funktioniert. Okay. Hm. Gut. Dann nehmen wir dort mal weiter hin mit. Any signs of blue tea. Mhm. Ich sehe schon. Ihr seid ganz krasse Meridianer. Okay. Sieht schon nice aus, wieder mal hier die Skywalks. Sie kommen nach uns. Wann wurde das nochmal verglast? Wie schnell habt ihr da jetzt hier was aufgebaut? Bin mir echt interessieren, wie lange ihr man da für sowas braucht. Oh, da ist das Schiff mit dem Blue Team von Argent Moon gehauen ist. Also müssen die ja theoretisch irgendwo sein. Oh, oh. Ach, die gibt es auch noch. Oh, scheiße. Du machst dir gar nichts. Die Watcher waren immer total nervig. Fuck. Weg, 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 weg. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Shit, 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 shit. Wo ist der Neid jetzt hin? Wo ist der Neid? Ich würde gerne den Neid anvisieren. Danke. Ähm. Was ist der Neid für mysteriöse Strings wieder? Also, wenn sie eins en masse haben, dann ist das mysteriöse Musik. nicht weg. Uhhh. Wo kommst du denn her? Jetzt kriege ich, äh, erfolge. Da, 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 da. So, das geiler Schott hat er damit, danke. Oh, wieder viel zu viele Watcher. Die können die heilen? Shit! Die reparieren die Viecher. Shit, oh Gott, weg, 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 weg. Oh Gott, Hilfe, viel zu stressig, ich brauche eine anständige Waffe. Irgendwas muss man noch tun können, ich muss erstmal die scheiß Watcher zerstören. Aber ohne BA oder so, sieht die so richtig. Ah, danke. War aber noch einer, es waren zwei. Habt ihr den anderen schon geholt, Team? Also, ihr werdet erstmal nix, dass wir diesen 9 fertig machen. Komm schon, komm schon. Halt, ist der down. Komm, ich weiß es. So, Munition. Explodier, explodier. Was? Egal, es sollten alle Gegner gewesen sein. Kannst du mich wenigstens wiederbeleben? Oh, kann ich da jetzt reingehen? Cool. Oh, das ist Linda, Sniper. Naja, können wir auch mal mitnehmen, wenn wir jetzt auch länger nicht mehr benutzt. So, müssen wir denn da? Wir müssen sogar da rein. Gucken wir mal, ob hier irgendwas steht. Und, wo wir hinwollten, sonst was. Okay. Okay. Okay, dann wollen wir mal da reingehen. Hm, ja. Kurze Aufnahmecheck. Okay.